Du wolltest schon immer einmal auf dem heiligen Rasen hier im Grünwalder Stadion spielen? Dann hast du jetzt die einmalige Gelegenheit. Komm in mein Team und spiel gegen die Löwenallstraße. Wenn du es wirklich glaubst, mit ihnen aufnehmen zu können, und du Mitglied bist bei Münchens großer Liebe, dann bewirb dich für das große Casting. Also auf geht's! Zeig dein Können beim Casting. Dann bist du hier dabei. Einmal da unten auf dem grünen Rasen. Und wenn du da erfolgreich bist und schießt ein Tor, dann steht das da oben an der Anzeigetafel. Das wäre doch ein einmaliges Erlebnis. Also auf geht's! Bewirb dich!